Hallöchen, ihr bärtigen Wanderer und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Firewatch. Wir sind immer nur auf der Suche nach den vermissten Teenagern, die ja hier ganz dreist und böse den Wire hier gecuttet haben. Und wir sind beim Mule Point angekommen. Mal gucken, hier geht es ein Pfad runter und da drüben. Wir müssen, sind immer auf der Suche nach einer Spur von denen. Wir müssen denen ihr Camp finden, weil da sollen wir ja ein bisschen aufräumen, hat uns unsere Chefin da befohlen. Warte mal, bin ich jetzt überhaupt noch richtig? Ah, die Wege hier sind echt, es ist wirklich wie in so einem echten National Park. Nur in Comic-Grafik und in schön, vom PC aus. Warte, 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 warte. Ich konnte doch hier gerade was, irgendwas. Rowpook, achso, ja, gut. Ähm, sehe ich denn da schon was? Ich probiere es jetzt einfach mal, da kann ich ja wenigstens wieder zurückkrabbeln, wenn es nur die Spur ins Leere führt. Ich stelle mich wirklich toll an in dem Spiel. Ich glaube, ich werde mich bei der ersten Gelegenheit verlaufen, wenn ich es nicht eh schon getan habe. Obwohl die Wegführung ja trotzdem noch relativ simpel ist. Ah, was unsere Frau hat. She's got Alzheimer's, like dementia. She's got Alzheimer's, like dementia. Wow, wie alt war sie? Is she? She's alive. She's with her Familie in Melbourne, Australia. Ah, das ist echt kein alter, ey. Ah, ja. Scary, we didn't get it devastating. Ah, jetzt kommt unsere Geschichte wieder zusammen. We saw all the doctors and all that. They diagnosed her and we were both just very scared. I can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Ich trottel, ey. Obwohl. Ja, doch. Ich laufe mit Sicherheit in die falsche Richtung. Ich sollte nach Süden gehen. Aber habe ich mich nicht da abgeseimt? Muss ich jetzt tatsächlich wieder zurücklaufen? Ach, nö. Oh, ich bin der größte Pfadfinder, die diese Welt je gesehen hat. So. Ah, dann eben in die andere Richtung. Na, was soll's. Ja, ich glaube, da habe ich mich abgeseilt. Das heißt, ich gehe einfach mal hier oben lang. Oh, mei, mei, mei. Gut. Ah ja, hier kommt auch Musik. Oh. Oh, oh. Und hier sind wir wieder am Thunder Canyon. Den kennen wir ja schon aus der zweiten Folge. Oder? Ja, ist doch. Hier sind wir doch langgekommen. Genau. So. Das dürfte ja noch offen sein. Genau, da war der Entler drin. Den machen wir mal dazu. So, und weiter geht's. Wir laufen einfach mal den Canyon entlang. Ich glaube, anders wäre es auch gar nicht gegangen, ne? Jetzt sind wir wieder hier. Gut, wir hätten noch den anderen Weg nehmen können. Aber sie hat ja gemeint, wir sollen noch mal zum See schauen. Habe ich so in Erinnerung, dass die vielleicht da sind. Gut, die Musik ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, inwieweit man sich hier verirren kann in dem Spiel. Äh, ich hoffe mal einfach, man soll sich nicht verhören können. Aber heute sieht der Canyon auch freundlicher aus. Da vorne ist wieder der Riesenpenis. Ach, schön. Wir haben auch bisher noch keine andere Spur mehr von denen gefunden. Das heißt, die Bier-Sauferei dürften sie eingestellt haben. Vielleicht sind sie aber auch echt da hinter diesem Zaun, wo wir waren. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Komm runter da. Okay. Ah, wir waren in einer Bar. Wir waren in einer Bar. Hm, das Geburtstag der modernen Romance. Ich spielte über sie und sagte, sie war schön und das war es. Oh, du warst brav. Ich war drunter. Ach, Henry. Ja, ja, die Partnerwahl. Ah, es ist aber schön zu sehen, dass sich die Geschichte auch wirklich auswirkt. Hier, äh, durch die Dialoge eben. Hey, do you see that? Äh, what? What, 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 what? No? Uh, maybe, see what, exactly? I can barely make it out, but there's a small wisp of smoke way down to the southwest. You should be able to find a way over there from the meadow by the lake. Towards Five Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. What, you think it's those girls? I'm pretty sure it's a campfire, so yeah. Yeah, I'd call out a safe bet. Man, they really do not give a shit, do they? Ah, not a one. Okay, von der Sausage-Smoke. Scheinbar haben sie hier tatsächlich noch ein Lagerfeuer gestartet. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rüberkommen. Da ist der schöne See. Das ist doch echt schön. Da waren sie gestern noch nacktbaden und jetzt, äh... Hui. Psst. Ich kann sogar ins Wasser gehen. Wunderbar. Aber ich mach jetzt erst mal lieber hier das Feuer aus. Da hinten. Gehst du da? Gehst du hier? Wird das wohl... Da komm ich nicht drüber. Ah, fuck up. Da ging's doch gestern auch noch durch. Äh, hallo? Ah, hier. Da ist der Weg. Da ist der Weg. Hm, äh, hm. Ja. So im Gebüsch, äh, lässt sich's aushalten. So. Da haben wir gestern noch aufgeräumt. Wo ist jetzt, äh, der Rauch? Da ist er. Gut. Ähm, äh... Gut, ich schätz mal... Ja, genau. Hier unten irgendwo. Gut. Dann... Wahrscheinlich... Mhm. Wahrscheinlich hier doch irgendwo. Und nochmal abseilen. Hä, hä. Ein abseilen. So, dann, äh... Go for it, Henry. Du alter Parkranger. Du wirst hier richtig gefordert. Hättest du wahrscheinlich nicht erwartet, als sie dir den Job angeboten haben. Oder ne, in der Zeitung hat er ja davon erfahren, dass der Job überhaupt frei ist. Aber, ja. Er hat ja eigentlich ganz schön hohe Verantwortung. Ne? Also, es ist ja nicht zu unterschätzen. Wenn es hier wirklich tatsächlich das Brennen anfangen sollte, dann müsste er ja tatsächlich eingreifen und aktiv werden. Ja, wir haben auch schon die Notizen von den Kollegen gelesen, dass... Ja, aus denen man lesen kann, dass es nicht unbedingt die hellsten Typen waren. Aber, naja. With great power comes great responsibility. So. Runter hier. Einmal einen abseilen. Irgendwie erinnert es mich ein bisschen von der Grafik her an... Na, Team Fortress. Ich weiß nicht warum. Könnte am Comic-Stil liegen. Aber, naja. What are you going to do when the fire season wraps up? Are you going to go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. That's my opinion. Ah, sorry for the umpteenth time. Maybe I'll go visit, I don't know. Well, why not? She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister Susan is great, but her parents... I, uh, think they always thought she could do better and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Ah, ob er seine Frau besucht, ah, das ist immer blöd, wenn die Familie da nicht so einverstanden ist. Die können da einem gewaltig Stein in den Weg legen. Das ist leider wirklich so. So, 1, 2, 3, 4. Und go. Mal schauen, ob wir hier finden. Missing Person. Oh, der sieht ja auch aus wie Chuck Norris eigentlich. Learn to live with bears. So, die Map-Information. Die machen wir uns gleich mal mit drauf. Das ist hier essentiell. Jetzt schauen wir mal. Missing Persons, Feiler. Flyer, Feiler. Oh, cool. Mitch Michaels, Identity Features, Distintive Facial Hair. Oh, er hat einen Bart. Ja. Eine bärtige Lady allein im Wald. Wahrscheinlich. Überlebt. Hat er bis heute überlebt. Mitch was seen around Chonese Lake 1981. So, schon ein bisschen her. Blue and white. If you have seen contact. Oh, ja, bla. Falls wir ihn finden, rufen wir da natürlich sicher an. So, tschüss. Und wen haben wir hier? Ist das irgendein Südstaaten-General aus dem Bürgerkrieg? Wahrscheinlich. Äh, achso. Vielleicht soll ich das reporten. Ja, komm. Wie viele Hiker gehen in der Shoshone? Mehr als none, unfortunately. Mit der meisten von ihnen in dieser Region. Die Thoreffare, weil es so remote ist. Warum? Ich habe einen alten Flyer für einen missing Hiker. Das hat mich nur gedacht, das ist alles. Wie, wie du gesagt hast, dass du einen Tag mit den Goodwins gesprochen hast, und dann den nächsten nicht. Nichts. Ned Goodwin nicht geteilt durch einen Bär, oder in eine Ravine. Er war nur ein PTSD-Dead-Hole, der aus dem Bruder aus dem Job macht. Und er hat sich nicht gedacht, dass es eine schlechte Idee war. PTSD? Das klingt nicht gut. Ja, ich weiß. Er war in der Armee. Er war... ...off. Das ist eigentlich die saddest Geschichte. Er war nur schüttet, weil seine Mutter, Brian's grandmother, died. Die Aspen Grove? Die Bäume sind eigentlich nur ein Routorganismus. Kennst du das? Ich habe nicht. Ja, sie haben ihre Wasser als eine Köln, die für hunderte Jahre leben kann, sogar durch Feuer. Kannst du glauben, dass du eigentlich bezahlt hast, um all diese tollen Dinge zu lernen? Auch, wie es an dieser Karte aussieht, kommen wir auf eine Strecke, die dich nach dem, wo wir den Schmuck sahen. Okay, also wir sind unserer Spur nahe, oder auf der Spur. Unseren Zielen sind wir nahe, auf der Spur. So, so rum. Es ist ja auch schon spät. So, dem kleinen Flüsschen sollen wir folgen. Oh, was liegt denn hier? Ah, ha, 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 ha. So, und wo ist das Feuer? Ich sehe es jetzt nicht mehr. Campfire. Aha, aha, aha. So, so. Also einmal hier rüber. Ich schätze mal, dass wird es sich wieder um die Teenage-Mädels handeln, die wir das letzte Mal am Vortag so vergrault haben mit ihrem Feuerwerk. Gut, ein bisschen erschreckt haben wir sie ja auch, ne? Ah, jetzt muss ich mal gucken, wo ist das, wo könnte das, ich bin schon auf dem richtigen wahrscheinlich. Man muss ja eigentlich immer nur den Weg folgen, es ist, man hat zwar die Freiheit da, oh, 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 oh. Ah, da ist nochmal Bier. Die nehmen wir natürlich mit. Und die kommt gleich in den Beutel. So, hier hinten sind sie aber schon mal nicht, ne? Das, äh... Ich dachte nur, weil die Bierflasche oder die Bierdose jetzt da lag, dass sie vielleicht hier sind. Aber wie viel Bier müssen die sich rumschleppen, ey? Da sind nur zwei, die waren noch gar nicht mal dick oder wie muskulöst, die waren noch eigentlich relativ schlank. Und schleppen hier, keine Ahnung, 30, 40, äh, Kanistern Bier mit sich rum. Das ist da natürlich, äh, naja, gut. Oh, hier. Das, äh... Ja. 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 Dann gehen wir mit diesen K 독ern hin. Bitte, bitte aber lachen wir mit diesen K sont. Testein Zones. Da war bestimmt ein Beer. So, einmal ein Foto, die Note habe ich schon gesehen, keine Sorge, so, das dürfte genügen, Torn Clothes, haben wir schon reportiert, Sleeping Bag, nochmal nochmal schnell. Juhu, ne, brauche ich nicht. Ah, viel interessanter ist die Note. Und die können wir jetzt mal lesen. Äh, hallo? Oh, sie vermuten, dass ich das gemacht habe, weil ich sie beim Feuerwerk machen erwischt habe. Oh, das wird noch interessant, glaube ich, was ich hier abspiele. Ah, hier ist das Schiff, they're calling the police. They call the police, because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Oh, hey, ich habe das nicht gemacht. Okay, jemand oder etwas hier in die Stadt kam, aber es war nicht ich. Weil ich gesagt habe, sie schraubt, nicht sie schraubt. Ja, ich habe ihre Whisky zurück in die Lake, aber das fühlt sich, ich weiß, wie das kostet zu machen. Das ist anders, okay? Und ich habe dich nicht verraten. Das ist, ich weiß nicht, es ist lustig, aber es war nicht ich. Es ist okay, ich glaube dir. Die drohungsüchtigen Kämpfer. Ja, ich auch. Ja, vor allem Henry. Er hat ja einiges hinter sich. Oh, wir müssen nicht mal zurücklaufen. Es ist schon der dritte Tag angebrochen. Mysteriös, mysteriös, was sich hier so abspielt. Und äh, tatsächlich. Das ist auch wirklich sehr, sehr gruselig. Oder, ein bisschen gruselig. So, ah, er repariert gerade sein Fensterchen. Find boards downstairs to patch window. So, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Es tut mir jetzt leid, wenn die Folge vielleicht ein bisschen kürzer ist, aber dafür ist ziemlich abgefuckter Scheiß passiert, der mich jetzt gleich auf die Toilette treibt. Ja. Bevor ich mir in Zwischen pinkele. Oh, so, sie fragt wie wir ausschauen. Oh nein, sie beobachtet uns. Ich mach hier einen kurzen Break. Bis gleich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.